Hallo aus der Skihalle in Neuss. Wir melden uns zurück mit krasser Schneekanonen-Action. Heute werden Jonas, Maria und ich mit unserer Schneekanone im Zielschießen gegeneinander antreten. Und das sind die Regeln und das wird sehr qualmig. Maria, Jonas und Marc haben jeweils drei Schüsse mit der Schneekanone und müssen damit so viele Becher wie möglich vom Tisch fegen. Wer am Ende die meisten Becher abräumt, gewinnt das Spiel. Auf ins Gefecht! Und... Ohhhh! Ohhhh! Die unterste Reihe wird echt schwer. Ohhhh! Ohhhh! Sehr gut. 17 habe ich geschafft, ihr lieben Jungs. 1, 2, 1... Ohhhh! Der ging leider drüber. Ohhhh! Hey, der war nicht schlecht. Einer noch. Ohhhh! Was war das denn? Den hat es aber gerade noch gedreht. Boah, ich bin gespannt. Ohhhh! Ohhhh! Mega erster Schlag! Okay. Nicht schlecht. Ah, der ging knapp vorbei. Ohhhh! 15! Das bedeutet, Jonas, sorry, du hast verloren. Ah, Jonas. Das bedeutet auch, ich habe gewonnen! Ohhhh! Und großartig! Bei uns gibt es keinen Verlierer, denn wir hatten Spaß hier in der Skihalle Neuss. Auf jeden Fall! Es war mega, wirklich richtig cool und wir freuen uns, wenn wir euch ganz bald wiedersehen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017